Wer von euch hat das Tierschutzvolksbegehren schon unterschrieben? Ok, an alle die es noch nicht unterschrieben haben. Das Tierschutzvolksbegehren läuft noch bis 29. Juni und es fehlen nunmehr knapp 20.000 Unterschriften auf die 100.000, die man braucht. Weil wenn man 100.000 erreicht, dann muss sich das Parlament zwingend mit den Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens beschäftigen. Und um was geht es? Es geht zum Beispiel darum, Tiertransportzeiten auf 4 Stunden maximal zu begrenzen. Damit man endlich nicht mehr die lebenden Tiere quer durch Europa führt, was eine einzige Tierquälerei ist. Wenn man die Tiere schon schlachtet, dann bitte mit möglichst kurzem Transportweg und möglichst beim regionalen Schlachthof. Oder um die Kennzeichnungspflicht. Damit endlich Bürgerinnen und Bürger im Restaurant wissen, wo eigentlich ihr Händelschnitzel herkommt. Ich war selber in der Ukraine und habe mir das angesehen, wo das Fleisch herkommt. Die meisten Leute, die die Bilder gesehen haben, denen vergeht es von selbst. Für solche Dinge setzen wir uns ein. Für solche Dinge setzt sich das Tierschutzvolksbegehren ein. Eine Bitte von mir an alle, die es noch nicht unterschrieben haben. Oder eure Freunde, die ihr vielleicht kennt und dies noch nicht unterschrieben haben. Ein letzter Aufruf. Geht zu unterschreiben aufs Magistrat oder auf die Gemeindestube. Für Tierschutz und für einen humanen Umgang mit unseren Mitgeschäften. Für Möch Ri ca. Aber keine zitten. Wir machen überhaupt noch alles. Wer Hermann. Wren und Ger quiser Feuer. 7 Jahre lang. Und Whether war es unterschiedlich ist. Wenn ganz Alain Eier. Inhonny poisonous. Vielen Dank.